Kapitel 1 Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, allen Heiligen in Christus Jesus zu Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer Gedenke, welches ich allezeit tue in allem meinem Gebet für euch alle und tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis hierher und bin desselben in guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat das gute Werk, der wird's auch vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Wie es mir denn billig ist, dass ich so von euch allen denke! Denn ich habe euch in meinem Herzen, die ihr alle mit mir der Gnade teilhaftig seid, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verantworte und bekräftige. Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund, in der Liebe Jesu Christi. Und ich bete darum, dass eure Liebe je mehr und mehr reich werde an Erkenntnis und in aller Erfahrung, dass ihr prüfen mögett, was das Beste sei, auf das ihr seid lauter und unanstößig auf den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus geschaffen wird, zu Gottes Ehre und Lob. Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn, dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist in dem ganzen Richthause und bei den anderen allen offenbar geworden. Und viele Brüder in dem Herrn haben aus meiner Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind desto kühner geworden, Gottes Wort zu reden ohne Scheu. Etliche zwar predigen Christus auch um Neides und Haders Willen, etliche aber auch aus guter Meinung. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verantwortung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Streitsucht und nicht lauter, denn sie möchten mir in meiner Gefangenschaft eine Trübsal zuwenden. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird auf alle Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber und will mich auch fernerhin freuen. Denn ich weiß, dass mir dies zum Heil gereichen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, sondern frei und offen, wie immer so auch jetzt, Christus verherrlicht werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir dazu dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Beides liegt mir hart an. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. In solcher Gewissheit weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben, auf das euer Rümen groß werden möge, in Christus Jesus um meinetwillen, wenn ich wieder zu euch komme. Wandelt nur würdig des Evangeliums Christi auf das, ob ich komme und euch sehe oder abwesend von euch höre, ihr stehet in einem Geist und kämpfet mit uns einmütig für den Glauben des Evangeliums und euch in keinem Stück erschrecken lasset von den Widersachern, was ihnen ein Anzeichen der Verdammnis ist, euch aber der Seligkeit und das von Gott. Denn euch ist die Gnade gegeben, um Christi willen beides zu tun, dass ihr nicht allein an ihn glaubet, sondern auch um seinetwillen leidet und habet denselben Kampf, welchen ihr an mir gesehen habt und nun von mir höret. Kapitel 2 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude völlig und seid eines Sinnes, habt gleiche Liebe, seid einmütig und einhellig. Tut nichts aus Zank oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des Anderen ist. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward gleich wie ein anderer Mensch und an Gebärden als ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Also, meine Lieben, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, so seid es nicht allein in meiner Gegenwart, sondern nun auch vielmehr in meiner Abwesenheit und schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter, Gottes Kinder, unsträflich, mitten unter einem verderbten und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr haltet an dem Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Und ob ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Dessen sollt ihr euch auch freuen und sollt euch mit mir freuen. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, dass ich Timotheus bald werde zu euch senden, damit auch ich erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes sei, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht was Christi Jesu ist. Ihr aber wisset, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir gedient am Evangelium. Ihn hoffe ich alsbald zu senden, wenn ich erfahren habe, wie es um mich steht. Ich vertraue aber den Herrn, dass auch ich selbst bald kommen werde. Ich habe es aber für nötig angesehen, den Bruder Epaphroditus zu euch zu senden, der mein Gehilfe und Mitstreiter und euer Bote und Helfer für mich ist. Denn er hatte nach euch allen Verlangen und war tief bekümmert darum, dass ihr gehört hattet, dass er krank gewesen sei. Und er war auch todkrank, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht allein aber über ihn, sondern auch über mich, auf dass ich nicht eine Traurigkeit über die andere hätte. Ich sende ihn nun desto eilender, auf dass ihr ihn sehet und wieder fröhlich werdet, und ich auch weniger Traurigkeit habe. So nehmt ihn nun auf in dem Herrn mit allen Freuden und habt solche Leute in Ehren, denn um des Werkes Christi willen ist er dem Todes so nahe gekommen, da er sein Leben gering achtete, um mir zu dienen an eurer Stadt. Kapitel 3 Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. Gebt Acht auf die Hunde, gebt Acht auf die bösen Arbeiter, gebt Acht auf die falsche Beschneidung. Denn wir sind die rechte Beschneidung, die wir Gott in seinem Geiste dienen und rühmen uns Christi Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch, wiewohl ich meine Zuversicht auch auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer sich dünken lässt, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der, der ich am achten Tag beschnitten bin, einer aus dem Volk Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen, unsträflich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um welches Willen mir das alles ein Schaden geworden ist. Und achte es für Kot, auf das ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, damit ich nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen möchte, nachdem ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, das da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun unter uns vollkommen sind, die lasset uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, darin lasset uns auch wandeln. Folget mir, liebe Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns habt zum Vorbilde. Denn viele wandeln, von welchen ich euch oft gesagt habe, nun aber sage ich's auch unter Tränen. Sie sind die Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis, ihr Gott ist ihr Bauch, und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Unsere Heimat aber ist im Himmel, von dannen wir auch warten des Heilandes Jesus Christus, des Herrn, welcher unseren nichtigen Leib verklären wird, dass er gleich werde seinem verklärten Leibe nach der Wirkung seiner Kraft, mit der er kann auch alle Dinge sich untertänig machen. Kapitel 4 Also, meine lieben und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, stehet fest in dem Herrn, ihr Lieben. O Jodia ermahne ich und Synthiche, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Gefährte, stehe ihnen bei, sie haben mit mir für das Evangelium gekämpft, mit Clemens und meinen anderen Gehilfen, deren Namen in dem Buch des Lebens sind. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Eure Lindigkeit, lasset kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sorge nichts, sondern in allen Dingen, lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was lieblich, was wohl lautet, ist etwa eine Tugend, ist etwa ein Lob. Dem denkt nach. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut. So wird der Gott des Friedens mit euch sein. Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder Kraft habt, für mich zu sorgen, wiewohl ihr alle Wege darauf bedacht waret, aber die Zeit hat's nicht wollen leiden. Nichts sage ich das des Mangels halben, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie ich's finde. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Ich kann beides, satt sein und hungern, beides übrig haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Doch ihr habt wohlgetan, dass ihr euch meiner Bedrängnis angenommen habt. Ihr aber von Philippi wisst, das von Anfang meiner Predigt des Evangeliums an, als ich auszog aus Mazedonien, keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich sandet ihr für meinen Bedarf einmal und danach noch einmal. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich zugerechnet werde. Denn ich habe alles und habe überflüssig. Ich habe die Fülle, da ich empfing durch Epaphroditus, was von euch kam, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, gottgefällig. Mein Gott aber wird ausfüllen all euren Mangel nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott aber unserem Vater sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßet alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, sonderlich aber die von des Kaisers Hause. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geiste. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit Vielen Dank.